Perfekt, then let's go. Wir starten Best of Five. Startet jetzt. Ataco. Knockhut. Auch geil. Okay. So, okay. Irgendjemand fehlt jetzt auf der Seite von Halonke? Doch, jetzt sind alle drin. Okay, perfekt. Dann starten wir jetzt. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Wer Disconnect hat, hat Pech gehabt. Wir hauen uns jetzt richtig in die Fresse. So. Lasst mich kurz vorstellen. Auf der rechten Seite Lycera Dragon. Zusammen mit dem Mistweaver Skinhead. Zusammen mit den beiden Hexenmeistern Yenkorov und Bankster. Und Eloschamane Shreed. Auf der linken Seite haben wir Double Mistweaver, Healcleave, Halonke und Loki. Und zusammen mit Black Rogue, Holy Hodge und Manchester. Ja, Best of Five startet jetzt. Viel Spaß. Okay, wir sehen schon hier das Team mit den beiden Bonks. Ist auf jeden Fall offensiver am Start. Und das Team mit den beiden Loks. Die sind eher so defensiv. Da wird schon das erste Gate hier von Bankster geused. Und mit dem 4 auf Manchester. Der instant trinketet hier. Was haben wir noch? Evasion. Hier auf Black Rogue gezogen. Zusammen mit Cocoon. Bisschen overlapped. Aber das macht nix. Noch haben die Heiler hier eigentlich alles im Griff. Aber wir sehen jetzt hier, jetzt kommt der Damage vom... Die spielen auch Triple Caster, ne? Triple Caster gegen Triple Melee. Junge, das ist auch so... Unausgeglichener kann das eigentlich nicht sein. Aber die Triple Caster, die schlagen sich hier gar nicht schlecht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass... Holy Hodge und Manchester hier immer weiter low droppen. Ich weiß, meine Chem ist da so ein bisschen davor. Aber ihr könnt auch in die Mitte des Bildschirms gucken. Da seht ihr denn, was alles abgeht. Und Black Rogue hier gefährlich low an dieser Stelle. Und damit läuten wir jetzt auch... Mit dieser Floskel leiten wir auch den Arena-Abend ein. Holy Hodge ist jetzt hier Target. Der wird hier am Pillar so ein bisschen penetriert. Kann aber super easy von Halunke und Rey getoppt werden. Und wenn wir jetzt nochmal sehen, ne? Loki, beziehungsweise Rey und Halunke, ne? Die haben ja auch schon letzte Woche oftmals zusammengespielt. Und was wir herausgefunden haben, ist auf jeden Fall das Team, was aus besserem Mana-Management hat, gewinnt zumeist auch. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ist Team 2 gerade ein bisschen besser aufgestellt. Und Holy Hodge geht hier down. Also, what the fuck geht hier ab? Also, das ist ja unnormal. Junge, Junge. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sich Caster Cleave hier so gut schlägt. Lass nur Best of 3 machen. Sind noch ein paar Leute, die mitmachen wollen, glaube ich. Ja, der Abend ist aber auch noch lang. Also, wir machen hier jetzt Warm-Up. Deswegen, lass die Leute mal spielen. Mal gucken. Also, Best of 5 ist ja nicht, wir spielen unbedingt fünf Games. Das kann ja schneller vorbei sein, als man denkt. Sorry, wir mal kurz Essen holen. Kerstin, ja, kein Problem. Sag nur vorher Bescheid, bevor wir inviten, dann ist das auch gar kein Problem. Wir haben die ja auch ausgetauscht. Also, es ist nicht nur gewundert, warum du nicht mit in die Arena kamst. So, ich würde sagen, also ich glaube, Halunke und Loki können hier nicht viel mehr ausrichten. Das ist... Erster Win geht an Team 2. So, Arena verlassen. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich echt gespannt. Und wir schnacken nicht lang. Wir gehen gleich. Also, wenn der hier raus ist. Alle mal bitte die Arena aufverlassen. Halunke muss noch mal bitte aus der Arena raus. Sehr gut. Unser Rogue hat gelieft. Der Rogue ist raus. Finden wir denn jetzt einen DPS-Ersatz für den Rogue? Der möchte nicht mehr. Purple Haze, willst du mit? Einmal bitte Cassie einladen. Also, ich weiß nicht. Wir nehmen Cassie jetzt mit. Oder hast du da schon einen eingeladen? Ihr seid schon voll. Okay, pass auf, Cassie. Wir machen das einmal zu Ende. Dann mache ich wieder, wenn das Best of Five zu Ende ist. Wenn das zu Ende ist, dann mache ich wieder eine RBG bzw. eine große Gruppe auf. Und dann kannst du auch wieder reincuehen. Cassie ist drin. Oh, Junge, Alter. Ist das geil. Okay, ja, dann ist gut. Ich weiß das nicht. Ich kriege ja auch immer nur das mit, was im Chat abgeht. Perfekt. Wo bleibt Deathbloom und alle? Die kommen noch. Die kommen noch. Ja, es kam mal 20 nach 6. Wir sind ja noch im Warm-up. So. Und wir haben hier wieder... Oh, auf der Arena ist halt auch wild, ne? Ist eigentlich gut für Caster. Aber... Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Zweite Runde. Best of Five. Double Monk gegen Double Lock. Also Hexenmeister ist halt, glaube ich, auch... Und Ele sind... Das sind so beides, glaube ich, so... Eine der wenigen Heiler, die hier gut performen. So. Bankster kriegt hier gleich schon wieder auf die Schnauze. Incap hier auf Shreed. Oh, Junge. Also... Hier passiert so viel. Double Leg Sweep hier auf die beiden Heiler. Das gehen wir jetzt leider im Hodge. Lizerer Dragon. Oh, das ist... Das ist auch eine Sache, die wir selten sehen. Dass die DPS einfach auch mal einen Swap auf den Heiler machen. Und ich glaube, gerade im 5v5 ist sowas halt auch entscheidend am Ende. Ray. Drop to low. Kann getoppt werden. Das ist auch Double DH, ne? Double DH gegen Double Lock. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wir haben ja den Rogue ausgetauscht. Wir wollten lieber RBG spielen. Manchester hier. Target. Ey, ey, ey. Kriegt hier ordentlich einen auf den Sack. Holy Hodge ist jetzt Target. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die... Die haben sich so ein bisschen auf den Dragon hier, auf den Heiler fokussiert. Was natürlich positiv für eigentlich alle Caster hier ist, ne? Weil Bankster, Yankorov und Treat können natürlich die ganze Zeit free casten. Und was passiert, wenn man Caster freie Hand lässt? Die Shepern ordentlich Damage raus, ne? Hier fliegen auch die Chaos Boats. Holy Hodge. Fast Down hat hier seine... Sein Magic Shield an. Oder wie auch immer das heißt. In Cap of Ray. Skinhead. Lycera. Oh, kann noch getoppt werden. Mana-technisch sieht es aber bei Team 2 wieder ein bisschen besser aus, ne? Also Halunke und Ray, die verbrennen hier gut Mana. So, und aber die... Also Team 2 schafft es auf jeden Fall, sein Team oder ihr Team getoppt zu halten, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen Halunke und Ray das hin? Das war letztes Wochenende so geil, ne? Wie die beiden zusammen gespielt haben und dann immer auch sich abgewechselt haben. Mit Trinken und so weiter. Unter anderem, lasst mich euch kurz auf etwas aufmerksam machen. Wir sind natürlich bei mir auf dem Discord. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, wie ihr hier heute Abend teilnehmt, mit das Discord zu nutzen. Und also hier mit Voice in eurem Team zu spielen. Ist nicht verboten, sondern auch ausdrücklich erwünscht. Das macht es natürlich leichter. Und wir spielen heute auch nicht mit festen Teams. Bedeutet, alles, was wir heute einladen an Spielern, an allen Leuten, die Bock haben, an Heilern und DPS, wird random zusammengewürfelt. Und das macht es dann am Ende natürlich leichter, denn zu swappen. Und ich sehe hier gerade, Holy Hodge ist down gegangen. Und so wie es scheint, ist das jetzt hier vielleicht schon der zweite Sieg für Team 2. Aber es ist halt noch alles offen. Also ich sag mal, solange Halunke und Dre, die beiden DHs, die ja natürlich mit Blur und Netherwalk sehr, sehr gute Defensives haben, weiterhin toppen, können die natürlich weiter dafür sorgen, dass Skinhead und Lycera Dragon weiter im Mana geburned werden. Aber ja, okay, jetzt ist Cassie ist auch down gegangen. Und ich glaube, das ist jetzt entschieden. Ich glaube, viel kann jetzt Team 1 hier nicht mehr machen. Und das wäre das 2-0 jetzt für Team 2. Und somit ist das Team auch ein Matchpoint, weil wir spielen gerade Best of 5. Das heißt, sobald einer drei Wins erreicht, ist das quasi entschieden. So, Manchester kriegt hier wieder auf den Dillz. Also, na, da würde ich gerne mal echt einen DPS-Meter sehen, um zu gucken, wie die beiden oder die drei Caster, ne? Also Elis, der pumpt ja auch ordentlich, der Mensch, ne? Ich gehe mal sehen, wo die da stehen. Holy Moly. Manchester gibt aber nicht auf. Der zieht durch bis zum bitteren Ende. Okay. Geil. Was ein Auftakt. Also, letztes Mal hatten wir auch zwei Caster dabei. Aber das war alles so, hm. Da haben so die Ages dominiert, ne? DK hatten wir auch mit. Junge, da hatten wir sehr melee-lastige Sachen. Sonnenat, you. So. Matchpoint für Team 2. Wir gehen gleich in die nächste Runde. Und schauen mal. Hakencup. Einfach Hakencup. Junge, das ist auch so die... Das ist mit Sharegrad die unangenehmste Arena für 5 gegen 5, die man spielen kann, glaube ich. Also, Sharegrad wäre halt noch schlimmer, glaube ich. Mit Knockbacks und was weiß ich nicht alles. So eine schmale Brücke, auf die die Leute sich in die Schnauze hauen. Aber es ist einfach Hakencup. So, Matchpoint für Team 2. Und das entscheidet jetzt, ob Doppel-Lock besser ist als Double-DH. Ja, ich glaube aber auch, dass halt der Mix aus Evoker-Heal und Mistweaver schon in der Kombi nicer ist als Double-Monk. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist ja fast wie RBG Zerg-Heilen. Und im RBG spielt man ja auch, je nach Belieben, im Zerg-BG ist halt auch Fist-Weaver. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt hier einer von den Monks auch Fist-Weaver ist. Aber das könnte natürlich hier auch vielleicht den Change bringen, ne? Aber jetzt gucken wir uns erstmal ein Matchpoint an hier. So. Cassie und Manchester heiden hier so ein bisschen hinterm Pillar. Versuchen hier so das Pet zu killen. Oder trauen sich vielleicht nicht ganz raus. Da kommt Shreed mit der Lava-Eruption. Habt ihr das gesehen? Der ganze Bildschirm wurde auf einmal orange. Triple, Quadruple, Five-Times-Leg-Sweep hier. Also Lex kommt hier ja richtig zur Geltung. Ach du Scheiße. Und das ganze Team ist da eben kurz low gedroppt. Holy fuck, Alter. Was ist hier los? Hier wieder Target Lizerer Dragon. Also da wird echt penetrant auf den Heiler gegangen. Das ist auch Wahnsinn, ne? Also es geht hier eigentlich darum, wer burnt wie viel Mana. In Cap auf der Lunke. Und Skinhead ist sehr greedy, ne? Der rennt rein, holt die In Caps, holt die Legsweep. Aber Ray und Halunke sind natürlich ein eingespieltes Team. Die wissen schon, was sie dagegen machen müssen. Und wie sie zu reagieren haben. Holy Hodge. Hier low gedroppt, muss mit Cocoon gesaved werden. Aber Halunke und Ray haben nicht overlapped. Das ist ein starker Punkt gerade. Allerdings haben natürlich Skinhead, oder Skinhead hat halt immer noch sein, 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 sein Cocoon ready. So, Street kriegt hier jetzt ordentlich. Die Hucke voll. Kriegt er jetzt noch einen Cast raus. Kommt die Lava Eruption. Coupon muss hier getradet werden. Leider mit Borough. Äh, Borough wäre schon mit Burough. Overlapped. Und Cassie wird jetzt hier penetriert. Der muss auch sein Trinket ziehen. Manchester droppt gleichermaßen. Die beiden Heiler jetzt von Team 2 low. Und, äh, Team 1 muss sich jetzt hier auch ranhalten, ne? Also wenn jetzt Team 2 nochmal gewinnen sollte, dann ist das Best of 5 entschieden. Holy Hodge. Shreed hinten. Wird hier von seinem Heiler gegrabt. Ich lasse das, glaube ich, mal eine Zeit lang hier jetzt in der Übersicht. Ich glaube, da kann man ein bisschen mehr erkennen. Cassie hier. Und Team 1 hat sich hier wirklich auf den Heiler eingeschossen, ne? Also da wird wirklich, Lizera wird hier von den beiden D-Ages echt bearbeitet, bis ein Dev-CD fliegt. Und dann wird wieder geswitcht. Hier wieder auf den Schamanen. Und ich sehe jetzt hier schon wieder Banks, der hinten bei seinem Heiler steht. Und da fliegen die Chaos-Boards. Die fliegen hier ohne Ende in Sicht. Manchester unter 50% live. Lizera droppt auch low, kann aber getoppt werden. Wieder ein Cocoon getradet. Und Dev-CD. Technisch sieht das für beide nicht gut aus. Also was jetzt hier die Heiler an Dev-CDs rausgehauen haben. Das muss jetzt erstmal eine Weile halten. Shreed wieder hier. Target of Choice. Du used jetzt hier das Gate. Versucht einen Hex durchzukriegen. Muss jetzt hier geheilt werden. Und jetzt kommt der Infernal vom Destro-Lock, ne? Also wenn jetzt fliegen hier gleich die Chaos-Boards. Und das kann es eigentlich schon entscheiden. Mana-technisch, muss ich aber jetzt sagen, steht Team 1 deutlich besser da als Team 2. Also da muss Team 2 ordentlich pumpen. Holy Hodge. Droppt hier low. Kann aber noch getoppt werden. All good. Ist aber auch hier Target of Choice. Und ich sehe Banks, der da schon wieder sitzt. Der castet hier die Chaos-Boards, Junge. Da fliegen die in einer Tour. Lava Eruption. Hier von unserem Elementar-Schaman. Hodge, Mortal Coil hinter dem Pillar. Aber einmal rum, sodass es wieder in die Line of Sight von seinen Heilern kommt. Lizerer und Skin beide low Mana. Halonk und Ray burnen gerade so ein bisschen in Cap here of Ray. Cocoon auf Holy Hodge. Muss hier getradet werden. Ray hat seinen Cocoon aber auch schon draußen. Das heißt, wieder quasi Pat-Situation. Aber wir haben hier noch Ray mit Revival. Und ja, ich weiß, du möchtest gerne, dass ich Loki sage. Aber ich sehe halt den Namen und muss das so aussprechen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht persönlich. Shreet hier unter 50%. Schaffen die das jetzt in Elo umzuhauen? Die müssen was machen. Die müssen jetzt was machen. Sonst ist das Game vorbei. Wir haben jetzt 5 Minuten Spielzeit in dieser Runde schon auf der Uhr. Holy Hodge. Traded hier seine Bubble. Und das sind halt die Chaos Balls. Wenn man halt den Destro-Lock in Ruhe seinen Süppchen kochen lässt. Und hier sehen wir schon wieder Halonke. Ich glaube, der war kurz trinken. Ein bisschen regenerieren. Und da geht Holy Hodge drauf. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war der Demo-Lock. Das war Jinko drauf, oder? Zusammen mit Shreet. Und da fliegen auch die Lava Eruption. Also, ich muss sagen, Caster performt sehr, sehr stark. Also Hexenmeister ist sowieso big, ne? Und Ele, ich glaube, damit... Also Hexenmeister und Ele, damit haben sich halt auch die besten Caster momentan irgendwie zusammengefunden. Wilder Auftakt heute. Wilder Auftakt. So, hier wird nochmal Druck auf Shreet gemacht. Ja, Skin ist oben. Der Mistweaver ist oben. Das heißt, nur ein verfügbarer Heiler. Das heißt, für Halonke, Ray, Cassie und Manchester, für komplett Team 1, auch wenn Holy Hodge jetzt tot ist, ist es noch nicht zu spät, hier noch einen Kill zu holen. In-Capt hinterm Pillar auf Manchester. Der hat aber versucht, Skinhand hier vom Trinken zu stoppen. Und wenn die das jetzt smart ausspielen, Halonke hat halt nochmal... Halonke sitzt hinten und trinkt. Der regt gerade das Mana. Manchester ist sehr, sehr low. Kann hier sterben. Kriegt den... Nee, kriegt keinen Kukun. Halonke konnte ein bisschen Mana wieder reggen. Also, es ist noch alles offen. Also, hier ist noch gar nichts entschieden. Auch wenn jetzt Holy Hodge tot ist. Man darf auch nicht vergessen, es ist erlaubt zu retten. Also, wenn sich jetzt Halonke rein theoretisch hinstellt und er wird nicht unterbrochen beim Wiederbeleben von... Oh, da geht Cassie down. Und ich glaube, eben hätte ich Team 1 noch eine respektable Win-Rate zugeschrieben oder Win-Chance. Aber jetzt, wo Cassie tot ist, ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Also, es war ein kleines Fenster. Aber... Da wurde auch alles getradet, ne? Da wurde auch alles getradet. Ja! Oh mein Gott. Ihr blöden Säcker! Abbofalle schlägt zu. Abbofalle schlägt zu. Vielen Dank, Exaabi, für dein Sub für sieben Monate. Danke. Ich muss gleich auf jeden Fall meinen Text-to-Speech mehr ändern. Ja, Glückwunsch, Team 2. Team 2 hat das erste Best-of-Five für heute gewonnen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich gehe jetzt wieder ins Tool. Ich mache eine Gruppe auf und ihr da draußen, zu Hause, daheim, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Das kostet nichts. Dafür gibt es aber auch nichts zu gewinnen. Ihr könnt gerne rein-cure und ich mache wieder eine Gruppe auf. Untergewertete Schlachtfelder. Das Ganze nenne ich Free for All. Cup 2.6 Checkout Twitch for Info Anmelden.